wo wir gerade wo ich dort gerade im wasser angegriffen wurde ich habe hier sowas beim rausklettern gefunden ich weiß nicht können sie das gebrauchen tun ja das kann ich durchaus gebrauchen für schmelze ich habe mich damit mit mit herrn tobia schon unterhalten ok aber für mich vielleicht kies weil kies sand und ton bräuchte ich für die schmiede ach und das das habe ich von monstern bekommen das werden und das da das werden sie oder das habe ich auch gerade unter wasser abgebaut das werden sie bestimmt auch gebrauchen können dann ja ja danke ja bitte bitte ja jetzt fehlen noch ein paar blümchen sind dahinten welche oder das sieht mir nur aus wie kleine blumen aber da hinten ist ja dieser steht schon dieser maxwell aber da hinten bei dem wald bei maxwell da waren immer viele blumen ja dann lass uns doch gucken wald bei maxwell da hast du jetzt tre 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 das verbrennt alles da werde ich nicht drehen gehen oh Gott sind das viele Tiere hier scheint jemand gestorben zu sein ja sammeln sie das mal bitte auf vielleicht meldet sich derjenige ja bei uns also Blumen gibt es hier noch ganz haben sie das gehört dieses dieses didle didle die ok aber schon wieder nee jetzt nicht seltsam wer weiß das ist die Pflanze au das war die Pflanze ok es gibt hier Pflanzen die schreien und das war der Moment wo ich mir klar war dass ich hier eindeutig eigentlich nicht lebe ich meine Pflanzen die schreien hm warum ich weiß es nicht aber von der Einpflanzensorte habe ich jetzt 65 Stück von der Lilac von den roten noch 19 und von den Peoni noch 7 und dem das ist das ist das ist das ist das ist das ist Okay. Sind das da hinten welche? Die sie noch brauchen? Dort bei dem großen Baum? Ja, diese roten... Ja, das sind die tatsächlich. Autsch! Ja, da haben wir die Quest ja gleich beendet. Ähm... Ja, da haben wir die... Ja, da haben wir die... Ich bin die... Oho! Da ist die, die... Na. Ja, da ist die. Oho! 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 Ich geh ins Leicht. Ich geh ins Leicht. Wissen Sie, was ich gerade von dem Monster bekommen habe? Eine Statue. Ja, das hat das Monster fallen gelassen. Die ist schön. Eine Statue von einem Kerl, der uns auffressen wollte. Ja. Ich kann ihn nun nicht mehr abbauen. Ähm. Oh. Ähm. Äh. Äh. Wir waren das nicht. Ja. Er hat uns angegriffen. Genau. Ich geh ins Leicht. Ich geh ins Leicht. Okay. Ich hasse diese Blume. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Der war weg. ja warum nicht Dankeschön keine Ursachen also ich brauche von den roten nur noch drei und von den anderen nur noch vier Stück die müssen wir noch langsamer finden hier irgendwie und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Echt schwierig hier Blumen zu finden Da wir nicht wissen, wo die wachsen Und ihr kriegt sicherlich mit Hier ist gerade nichts gescriptet Und eigentlich wollte ich die Folge was anderes machen Ja Aber wir schauen in der nächsten Folge weiter Ob wir die restlichen Sachen finden Ich bin ein Rockstar Dance until I drop My life is a party My home is the club My stage is the dance Your party Ich bin ein Rockstar Ich bin ein Rockstar Vielen Dank.